Wolfgang Farien ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Bundestrainer Sepp Herberger setzte den damaligen Torwart der TSG Ulm 1846 bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1962 in Chile in allen vier Partien der deutschen Mannschaft ein. Von 1962 bis 1964 bestritt Farien insgesamt zehn Länderspiele in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Karriere Wolfgang Farien begann das Fußballspielen im Verein im Alter von zehn Jahren bei TUS Klingenstein, schloss sich 1952 der TSG Ulm 1846 an und durchlief mit Erfolg die verschiedenen Altersklassen der Jugendabteilung der Spatzen. Als H-Jugendlicher gewann er, noch als Verteidiger, zweimal die Württembergische Meisterschaft. Er wurde auch in die süddeutsche Jugendauswahl berufen. Mit 18 Jahren wurde er zum Torhüter umgeschult. Mit seinem Talent und seinem Ehrgeiz sowie einem intensiven Training, auch zusätzlich zu den Einheiten im Verein, entwickelte sich Farien gewaltig. Hinzu kam, dass der bisherige Stammtorwart der Ulmer in der Oberliga Süd, Manfred Paul, zur Saison 1961 zum Karlsruher SC gewechselt war und der langjährige Ersatztorwart Arthur Kießling die Lücke nicht ausfüllen konnte. Bereits am vierten Spieltag debütierte das 19-jährige Talent in der Fußball-Oberliga Süd im Heimspiel gegen den FC Schweinfurt 05. Trainer Fred Hoffmann setzte auf den jungen Farien im Kampf um den Klassenerhalt. Dieser zeichnete sich im Saisonverlauf durch überdurchschnittliches Reaktionsvermögen, sprunghaft und spektakuläre Paraden auf der Linie aus. Er machte sich trotz des Abstiegs der Ulmer in die zweite Liga Süd. Die Spatzen verpassten den Klassenerhalt mit nur einem Punkt Rückstand gegenüber. Den Konkurrenten Schweinfurt und Waldhof auf Anhieb einen Namen. Farien hütete 1960, 61. in 24 Spielen das Tor der Ulmer. Er schaffte mit seiner Mannschaft mit dem zweiten Platz 1961, 62. in der zweite Liga Süd die sofortige Rückkehr in die Oberliga. Zum sportlichen Höhepunkt wurde aber seine Berufung in die Nationalmannschaft für das Spiel am 11. April 1962 in Hamburg gegen Uruguay und seine Teilnahme bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1962 in Chile. Im letzten Jahr der alten erstklassigen Oberliga 1962, 63. belegte der junge Nationaltorhüter der WM-Tage in Chile mit Aufsteiger Ulm in der Süd-Oberliga den respektablen achten Tabellenrang. Er absolvierte alle 30 Pflichtspiele an der Seite der zweitorgefährlichen Angreifer Helmut Siebert und Manfred Ruhoff. Zur großen Überraschung der Fußballinteressierten schloss sich der umworbene Torhüter keinem der 16 nominierten Bundesliga-Vereine zur Debütrunde 1963, 64. an, sondern spielte mit Ulm in der zweitklassigen Fußball-Regionalliga Süd. In 32 Spielen, Jürgen Modig vertrat ihn in sechs Spielen, konnte er zwar seine Klasse demonstrieren, Aber Ulm war kein ernsthafter Anwärter auf einen Spitzenplatz im Süden. Dort zogen Hessen Kassel, Bayern München und Kickers Offenbach ihre Kreise, Ulm belegte den achten Rang. Für die zweite Saison der Fußball-Bundesliga, 1964-65. Unterschrieb Farien einen Lizenzspielervertrag bei Hertha BSC und wechselte zusammen mit Willi Bad Krämer, Jürgen Sundermann, Michael Krampitz und dem Heimkehrenden Berliner Kurt Schulz an die Spree. Der erste Bundesligaspieltag führte die Hertha am 22. August 1964 zum klar favorisierten Titelverteidiger 1. FC Köln. Mit den vier Neuzugängen Farien Sundermann, Krämer und Schulz schaffte die Mannschaft von Trainer Jupp Schneider einen unerwarteten 3-zu-2-Auswärtserfolg. Nach der Vorrunde stand die Hertha mit 15 Uhr 15 Punkten auf dem 9. Rang. Nach Abschluss einer unbefriedigenden Rückrunde wegen der sportlichen Misere war Jupp Schneider am 9. März 1965 durch Gerhard Schulte abgelöst. Worden rangierte sie mit 25 zu 35 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz und hatte mit einem Punkt Vorsprung vor dem Karlsruher SC den Klassenerhalt geschafft. Farien hatte 25 Ligaspiele absolviert und war von Hans-Jürgen Krumm nur in drei bzw. Wolfgang Tillich in zwei Spielen vertreten worden. In der Spielerbenotung wurde er mit dem Durchschnittswert von 2,48 auf dem zweiten Platz hinter dem führenden Hans Dirkowski mit 2,41 in der Saisonwertung notiert. In der Saisonanalyse wurde festgehalten, dass die Hertha mit Ex-National-Torwart Farien endlich einen klasse Mann zwischen den Posten hatte, ohne den wahrscheinlich auch sportlich der Abstieg kaum zu verhindern gewesen wäre. Im Oktober 1964 hatte er in den zwei Spielen im Messepokal gegen Royal Antwerpen zusätzliche Einsätze. Nach der Saison wurde Hertha BSC wegen erheblicher Verstöße gegen das Lizenzspielerstatut die Zugehörigkeit zur höchsten Spielklasse aberkannt und in die Regionalliga zwangsversetzt. Gerade die überhöhten Handgeldzahlungen an Farien waren ausschlaggebend für den Ausschluss der Berliner. Der DFB sprach gegen ihn persönlich eine Geldstrafe und eine zwölfmonatige Sperre aus. Diese wurde später um die Hälfte reduziert und Farien konnte in der Berliner Regionalliga 1.965-66 still mit der Hertha, sie holte mit dem Torverhältnis. Von 136 zu 25 und 58 zu 2 Punkten überlegen die Meisterschaft in der Rückrunde noch 17 Spiele bestreiten und in die Aufstiegsrunde zur Bundesliga einziehen. Farien stand gegen die Konkurrenten Fortuna Düsseldorf, FK Pirmasens und Kickers Offenbach in allen sechs Spielen im Hertha-Tor, konnte aber den Aufstieg nicht erzwingen. Zur Saison 1966-67 still nahm er das Angebot des neuen deutschen Meisters TSV 1860 München an. Trainer Max Merkel erhoffte sich durch die Klasse von Farien. In puncto Disziplin Druck auf den von Fans und den Medien gefeierten Statorhüter Peter Radenkovitsch ausüben zu können. Druck gab es dann zwar bei den Löwen aber gegen den autoritären Trainer. Nach dem Ausscheiden im Europacup gegen Real Madrid im November 1966 gipfelte dieser im Rausschmiss des Österreichers am 10. Dezember 1966. Farien war bei Merkels Auseinandersetzung mit Teilen der Mannschaft zwischen die Mühlsteine geraten, wobei Merkels Zwist mit Radenkovitsch die Hauptrolle spielte. Nach der 0-3-Derby-Niederlage am 15. Oktober 1966 gegen den FC Bayern kam er in der Hinrunde nicht mehr zum Einsatz. Als Trainer Gunter Baumann das erste Spiel unter seiner Verantwortung am 18. Februar 1967 im Stadion an der Grünwalder Straße mit Torhüter Farien. Mit 0-2 gegen Schalke 04 verlor, war die Saison für den Mann aus Ulm gelaufen. Fortan hütete wieder Radenkovitsch das Tor der Löwen. In der ersten Runde des Landesmeisterwettbewerbs gegen Omonia Nikosia hatte Merkel noch im September 1966 auf die Fangkünste des Schwarzen Panther gesetzt. Nach lediglich acht Bundesliga-Einsätzen war das Kapitel München für Farien beendet. Bei Fortuna Düsseldorf, wo er einen neuen Anlauf nahm, kam Farien von 1967 bis 1969 in zwei Regionalliga-Spielzeiten auf 64 Einsätze. Er bewies, dass er immer noch ein Torhüter der Spitzenklasse war, leider traf das nicht für die Fortuna zu. Waren im ersten Jahr Bayer 04 Leverkusen, RW Essen und RW Oberhausen der Fortuna in der Tabelle deutlich überlegen, mit 14.20 Punkten in den Auswärtsspielen war man nicht konkurrenzfähig. Traf dies 1968 69. auch auf die drei Spitzenreiter RW Oberhausen, RW Essen und VfL Bochum zu. Zwar holten die Fortunen zehn Punkte mehr als im Vorjahr, aber mehr als der vierte Rang kam dabei nicht heraus. Im Sommer überraschte der frühere National-Tour-Hüter dann mit seinem Wechsel zum Kölner Namensvetter SC Fortuna. Der Verein von Präsident Jean Nöring war 1967 erst in die Regionalliga aufgestiegen und hatte die Saison 1968 69. auf dem 13. Platz abgeschlossen. Ab der Serie 1970 71. ging es unter Trainer Ernst Günther Habig bei Fortuna Köln aufwärts. Im November 1972 wurde Habig von Martin Luppen abgelöst und die Löring-Elf zog nach der Wietzen-Meisterschaft mit 85 zu 29 Toren in 34 Spielen wie sie. Von Farien dirigierte Abwehr die beste Bilanz auf hinter RW Essen in die Aufstiegsrunde. Dort setzten sich die Kölner überlegen vor dem FC St. Pauli, Mainz 05, Karlsruher SC und BW Berlin durch und stiegen in die Fußball-Bundesliga auf. Farien hatte in allen acht Aufstiegsspielen im Tor gestanden und lediglich fünf Gegentreffer einstecken müssen. Insgesamt absolvierte er von 1969 bis 1973 mit Fortuna Köln in der Regionalliga West 132 Spiele. Präsident Löring entschied sich nach dem Aufstieg, auf die Dienste des Fußballlehrers Martin Luppen zu verzichten und setzte stattdessen auf die Künste des ehemaligen Leichtathleten Volker Kottmann. Nach dem 17. Spieltag Fortuna rangierte mit 13 Uhr 21 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz, war die Zeit für Kottmann abgelaufen. Der Präsident übernahm kurz vor dem Rückrundenstart auch auf dem Trainingsplatz das Kommando und übergab am 21. Januar die Trainingsleitung an den ehemaligen Zehnkampf-Olympiasieger Willi Holdorf. Nach dem 33. Spieltag standen Farien und Kollegen mit 25 zu 41 Punkten auf dem rettenden 16. Platz einen Punkt vor dem Wuppertaler SV. Der WSV holte sich am 34. Spieltag mit einem 2 zu 2 beim VfB Stuttgart einen Punkt hinzu. Fortuna Köln verlor das letzte Spiel am 18. Mai 1974 bei Kickers Offenbach mit 0 zu 4 und stieg punktgleich mit Wuppertal wegen des schlechteren Torverhältnisses aus der Bundesliga ab. Farien hatte als einziger Fortune alle 34 Spiele absolviert. Es schlossen sich noch zwei Spielzeiten in der neuen 2. Bundesliga mit 50 Spielen an. Ehe Farien im Sommer 1976 seine Karriere wegen eines Meniskusschadens beendete. Sein letztes Spiel in der 2. Bundesliga absolvierte er am 15. Februar 1976 beim 3 zu 1 Heimsieg gegen Westfalia Herne. An der Seite von Peter Börs, Roland Hattenberger, Walter Müller, Rolf Wedomen, Fried Helmottas, Johannes Linsen, Lothar Wesseler, Helmut Bergfelder, Othmar Ludwig und Rolf Bauernkämper schloss er seine über 16 Jahre dauernde aktive Laufbahn ab. Erfolge 1962 Aufstieg in die Fußball-Oberliga Süd. 1973 Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Erstmals in Berührung mit dem DFB kam der junge Ulmer Torhüter in der Saison 1961-62. Bundestrainer Sepp Herberger setzte das Talent im Testspiel. Der DFB-Auswahl am 6. September 1961 ging eine Auswahl aus Luxemburg in der zweiten Halbzeit für den Kölner Fritz Sebert ein. Am 8. Oktober 1961 hütete der Zweitligatorwart hinter dem Verteidiger Paar Friedel Rausch und Jürgen Korpion das Tor der deutschen Junioren-Nationalmannschaft U23 beim Länderspiel in Gelsenkirchen gegen Polen. Herberger nahm den jungen Ulmer mit auf die Ersatzbank für das WM-Qualifikationsspiel am 22. Oktober gegen Griechenland. Es folgten weitere Testspiele in der Nationalmannschaft gegen Vereinsmannschaften. Ein Spiel der Regionalauswahl von Süddeutschland gegen Westdeutschland am 3. März 1962 und das abschließende Testspiel am 21. März 1962 in Saarbrücken zwischen einer DFB-A-Auswahl und einer B-Auswahl. Dann debütierte der 20-jährige Torhüter aus der Zweite Liga Süd am 11. April 1962 in Hamburg beim letzten Länderspiel vor dem WM-Turnier 1962 in Chile gegen Uruguay in der Nationalmannschaft. Er überzeugte mit einer tadellosen Leistung und flog im Mai 1962 mit der DFB-Auswahl nach Chile. Da der bisherige Stammtorhüter Hans Dekowski vermeintlich als klare Nummer 1 im Aufgebot stand, überraschte die Farien-Nominierung des Bundestrainers für das Startspiel am 31. Mai in Santiago gegen Italien nicht nur die Rhein der Chile-Fahrer, sondern auch die Reporter und Fans in Deutschland. Beim tollosen Römi an seinem 21. Geburtstag gegen den gefürchteten italienischen Innensturm mit Gianni Rivera, Jose Altafini und Oma Sifuri zahlte Farien aber das Vertrauen von Herr Berger mit Leistung zurück. In Gruppe B folgten die Spiele gegen die Schweiz und Chile. Damit hatte die deutsche Mannschaft den ersten Gruppenplatz mit 5 zu 1 Punkten und 4 zu 1 Toren Errungen. Die Abwehr stand bombensicher, in der Offensive gab es noch Spielraum nach oben. Am 10. Juni fand das Viertelfinalspiel gegen Jugoslawien statt. Farien kam zu seinem vierten WM-Einsatz und zeigte, wie die gesamte Defensive auch beim hart umkämpften Einzug in das Halbfinale gegen den gefährlichen Innensturm mit Dragoslav Sekularak, Milan Galic und Josip Skobla eine ausgezeichnete Leistung. Gegen den Schuss von Außenläufer Petra Radakovic in der 86. Minute zum spielentscheidenden 1 zu 0 für Jugoslawien hatte er jedoch keine Abwehrchance. Im letzten Oberliga-Jahr 1962, 63. berücksichtigte Bundestrainer Herr Berger den Chile-Torhüter bei Dreiländerspielen. Am 30. September 1962 in Zagreb gegen Jugoslawien. Am 24. Oktober 1962 in Stuttgart gegen Frankreich und am 5. Mai 1963 in Hamburg beim Spiel gegen den amtierenden Weltmeister Brasilien. Das mit einer 1 zu 2 Niederlage endete. Farien, der im ersten Bundesliga-Jahr 1963, 64. bei Ulm und damit zweitklassig geblieben war, wurde in dieser Saison noch zweimal in die Nationalmannschaft berufen. Nach der 3 zu 4 Niederlage am 29. April 1964 in Ludwigshafen gegen Wiese-Weltmeister Zecheslowakei war nach zehn Länderspielen seine Karriere in der DFB-Auswahl dann beendet. Als härter Torhüter kam er am 15. September 1964 bei einem Testspiel noch einmal ins Tor. Beim Länderspiel am 4. November 1964 in Berlin gegen Schweden war er Ersatz. Die Sperre durch den DFB nach der Saison 1964-65 und die folgenden unglücklichen Vereinswechsel verhinderten eine Fortsetzung seiner internationalen Laufbahn. Der gelernte Heizungsmonteur blieb dem Fußballsport verbunden. Er baute nach seiner Spielerlaufbahn eine Agentur zur Spielervermittlung auf, die er über viele Jahre erfolgreich betrieben und sich dabei den Ruf eines seriösen Fachmannes erworben hat. In den letzten Jahren war der DFB-lizenzierte Spielervermittler als Geschäftsführer bei Rogon Sportmanagement GmbH & Co. KG tätig und leitete das Rogon Office in Köln. Der mit seiner Ehefrau und drei Töchtern in Köln lebende Wolfgang Farien erlitt im Oktober 2009 einen Herzinfarkt und nachfolgend eine Lungenentzündung.